Hör mal zu, Magrobel, du kannst froh sein, dass die so mit dir redest. Eine Frau wie ich hätte ganz anderes geredet, nämlich gar nicht. Das Bärenauge hätte ich aufgerissen. Ganz deutschland, dass einmal alle reingucken können und hätte noch Fingerpuppe mit ihm dann gespielt. Aber er versucht das rumzudrehen und will ihr jetzt noch sagen, red mal normal mit Hör mal zu. Wahnsinn. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Auf die Folge haben wir alle gewartet. Nachdem die Reaktion zur Folge 10 vor zwei Tagen, also gestern online kam, kam mir direkt um nur danach die aktuelle Folge raus, die wir jetzt auch reagieren. Oh Gott, dieser Typ, Schatz, der Typ, der hat mich komplett zu Weißgut gebracht in dieser Folge und er bringt mich wieder zu Weißgut, weil ich sitze da wirklich und denke mir und habe auch zu ihm gesagt, hier Pause, ich habe gesagt, gibt es noch ehrliche Menschen auf der Welt? Und ich weiß, so viele schreien mir, Yvonne, mein Mann ist der ehrlichste überhaupt. Und ich denke mir immer nur so, ja, aber man kann so lügen, so dreist lügen, die Partner euch teilweise ins Gesicht, ja. Das sieht man hier auch bei Mark Robin, der zieht das durch bis ins letzte Ende. Credo dreht den ganzen Spieß rum. Der Abdul ist ja komplett unreflektiert und alles. Also da denkt man sich, gibt es noch gesunde Beziehungen auf der Welt, oder? Also das ist so schlimm, so schlimm. Wir schauen uns jetzt das Lagerfeuer an, die Begegnung Mark Robin und Michelle. Und die ganzen Folgen, auch das mit Credo oder Abdul, könnt ihr euch auf RTL Plus angucken. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Für knapp 5 Euro im Monat könnt ihr alles streamen, totstreamen, hoch und runter und pünktlich wie alle anderen on top immer die Folgen gucken. Es lohnt sich, wenn man TrashTV mag. Und jetzt gucken wir es uns an. Und ich, also ich, ich habe da, ich habe da auch keine Zündschnur mehr, ne? Also ich, mir fehlen zu solchen Menschen die Worte. Ich finde es einfach, einfach ekelhaft. Achtung. Michelle, du hast dich nach den Bildern heute vorzeitig dazu entschieden, abzubrechen. Temptation Island, willst du keine Sekunde mehr weitermachen? Wie geht es dir jetzt, kurz bevor du ihn wieder siehst? Irgendwie habe ich komplett dicht gemacht. Ich kann irgendwie keine Emotionen mehr zeigen gerade. Ich weiß nicht, wie es die Tage wird, aber momentan bin ich gerade selbst von mir begeistert. Ja, ich glaube, sie ist eher in so einer Schockstarre, weil man erst mal gar nichts mehr fühlt. Weil ich kenne das. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet. Ja, dann ist man so in so einer Schockstarre und fühlt erst mal nichts, weil das einem so unwirklich vorkommt, was man da sieht oder gesehen hat. Dass ich hier noch sitze und nicht weine. Das ist auf jeden Fall eine starke Frau. Ja, ich hätte dem, ich wäre dem entgegengesprungen, ne? Wirklich. Also man sagt ja immer, Gewalt ist keine Lösung, das ist auch so, ne? Aber bei sowas, bei sowas Dreistem dann auch noch weiter zu lügen. Ja. Was erwartest du von der Aussprache? Mal gucken, ob er die Wahrheit sagt. Dass er auf Knien rutscht, erwarte ich. Nicht, dass der sich entschuldigt. Also doch, nee, Quatsch, was wollte ich sagen? Nicht, dass ich zurückkommen würde, deswegen soll er sich entschuldigen, sondern einfach nur, er soll auf Knien rutschen, um sich zu entschuldigen und ihm menschlich zu vergeben. Nicht, um die Beziehung zu retten, sollte er das tun, meiner Auffassung nach. Einfach, um menschlich, um Verzeihung zu bitten. Das wäre die richtige Aktion. Die richtige und einzige Aktion, unserer Meinung nach. Aber der, der... Ich würde sagen, wir holen ihn jetzt dazu. Ja, Mark Robin kommt jetzt. Wie er gleich ankommt, was machst du denn hier? Ja, das auch. Was machst du hier? Ja, was machst du denn hier? Ja, was machst du denn hier? Ich kann mich nicht zurückholen, Freunde. Macht am besten den Ton ein bisschen runter. Ich schräg mich hier gleich auf, weil ich kann er nicht. Schon die erste Frage, schon bei der ersten Frage, will ich dem den Büggel um die Ohren hauen. Da will ich sagen, was mache ich hier? Ich zeig dir, was ich hier mache. Ehrlich. Was ist das für eine Frage schon da? Klar, der ist selber so... Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin ein bisschen dämlich und überhaupt... Alles gut? Alles gut? Nein, es ist nichts gut. Es ist überhaupt nichts gut. Ich habe dich vermisst. Wirklich? Ich dich auch? Nein! Nein, ich habe dich nicht vermisst. Wir haben die ganze Zeit gesagt, das tut die jetzt nicht wirklich. Die macht jetzt nicht wirklich, ich habe dich vermisst. Und die nimmt das nicht alles hin jetzt, oder? Aber Gott sei Dank dreht sie den Spieß ein bisschen rum. Gott sei Dank. Achtung. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du es mitgenommen hast? Sollten wir überraschen sein. Ja, damit du siehst, dass ich mit dem Armband einen Hintern einer anderen massiere. Der ist halt noch so dämlicher, als man... Die schwirrt, die Arme. Die ist halt noch dämlicher, der ist halt noch dämlicher, als... Also der hat ja überhaupt gar keinen Hintern. Also da ist ja gar nichts zu holen. Okay. Hast du irgendwas zu Schulden kommen lassen? Nee. What? Und jetzt packt Gott sei Dank Lola aus. Lola macht Gott sei Dank. Ja, einen guten Job, ja. Makrobin, wir werden nach Hause fahren. Ich werde meine Sachen packen und wird gehen. Warum? Warum? Ich werde noch zusätzlich vom Balkon schmeißen, würde ich dich. Ja, aber warum denn? Warum? Ja, warum? Ich habe doch nur eine andere... Mein... Mein... Pütz reinstecken wollen. Ein bisschen Gurkensalat mischen wollen. Ich habe... Hör mal zu. Hör mal zu. Guck zu schon. Michelle hat sich nach dem heutigen Lagerfeuer dazu entschieden, Temptation Island vorzeitig abzubrechen. Zu Recht. Du weißt warum, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Junge, das ist ja... Zieh dich doch nicht ins Lächerliche. Ehrlich? Ja, das ist ja noch das Ding. Der hat sich ja schon zum Hampelmann gemacht in ganz Deutschland und Österreich, wo es ausgestrahlt wird, ne? Hat's auch, oder? Aber, ja, keine Ahnung. Aber jetzt, jetzt macht der sich nicht nur zum Hampelmann, zum Horst und hält uns allen das Bärenauge hin, damit wir alle mal das machen dürfen. So sieht's aus. So sieht's aus. Das werden so viele Menschen sehen. Steh doch einfach dein Mann. Ja. Weißt du, was du sagst? Wirklich. Ich weiß es nicht. Würdest du sagen, du bist treu geblieben? Ja. Ja? Du Witzfigur, du Witzfigur, alter Schwede. Witzig sein Urgroßvater. Weißt du, ich hab gestern... Der sitzt da noch, so wie er da sitzt. Ich könnte ihm von diesem Hocker da treten, ne? Ich würde ja mal ein bisschen wirklich von diesem Hocker da treten. Und das Peinliche ist, ich habe so Typen auch gehabt. Die laufen einfach frei rum da draußen. Die laufen da frei rum. Acht von zehn, okay, nicht ganz so, sieben von zehn, nein, sagen wir, fünf von zehn sind so. Zusätzlich zwei davon sind nicht ganz so schlimm. Weil das ist abgef***t, abgebrüht, link, hinterhältig, arrogant, ekelhaft, beschämend, erniedigend und das unterirdischste an Person, also an einem Charakter, was ich jemals gesehen habe. Gleich meinem Ex-Speckstirn-Kapitel, alle, die mein Buch gelesen haben, wissen, was ich meine. Die, die meine YouTube-Videos gesehen haben, habe ich das nicht ganz so erzählt. Das gleich diesem Typen, der zweigleisig gefahren ist und dem ich, der mir ins Gesicht gelogen hat und ich habe alle Verläufe gesehen habe im Computer, dass der Urlaub mit einer anderen Eulen gebucht war. Kennst du die Story? So, das gleich, der gleiche. Also das ist same wie einer meiner Ex. Also, aber ich habe ja da den Computer vom Balkon geschmissen. Ich habe den ja runtergeschmissen damals da, weil er so gelogen hat. Ich habe ja richtig Kasala. Ich habe meinem Ex Kasala gegeben. Der hat das, der mich danach nie wieder vergisst. Der vergisst mich nicht. Der vergisst mich nicht. Den Streit mit mir vergisst er nicht. Ein Schlüsselloch bekommen von dir. Da hast du schön mit dieser Laura gekuschelt. Hast ihr einen Kuss auf die Backe gegeben. Das hat mich schon fix und fertig gemacht. Hast dich antwerken lassen, obwohl du weißt, dass ich das nicht feiere. Hast dich, hast sie massiert. Alles Mögliche. Weißt du, was die Jungs gesagt haben? Was ein *** ist und haben, was ist ich, wie über dich geurteilt? Ich stand vor allen und habe dich noch verteidigt und habe gesagt, dass sie ja nichts sagen sollen. Ich war gestern Abend fertig mit den Nerven. Wirklich fertig, weil sie mich so runtergezogen hat. Heute Lagerfeuer. Ich komme hierher. Was kriege ich hier gezeigt? Dass mein toller Freund irgendeine Frau... Richtig geirig abwertet ist, wenn man so macht. Dass mein toller Freund es richtig gut abwertet. Sie macht das so gut. Sie rasiert so gut. Deswegen hoffe ich ja nach dieser Rasur, nach diesem Filetieren, schön fein säuberlich, dass sie nicht mehr weich geworden ist und da also nie. Eine andere Frau zu sich ins Zimmer holt und sagt, mach bitte dein Mikro weg. Und dann sitzen zwei andere Frauen an der Tür und hören zu, wie du eine andere küsst. Und dann noch zu ihr sagst, nimmst du die Pille? Das, was ja ekelhaft ist und das Ding ist, der versucht das jetzt gleich noch rumzudrehen. Der versucht das noch gleich richtig rumzudrehen. Richtig erbärmlich. Achtung. Weil wenn ein Kondom fehlt, dann kommt das ja raus. Sag mal, merkst du irgendwas noch? Dann setzt du dich noch hier hin und lügst mir so dreist ins Gesicht. Und nein! Ja, guck mal. Was? Sie war unter der Dusche. Dann bin ich... Ah! Hast du ein Letter? Oh nein, nein! Oh, ich habe eine Bürste mit einem Gummi. Nicht leer. Oh, ich kriege da richtig Hass. Das kriege ich da. Guck mal, hör mal zu. Also ich war da unter der Dusche und die wollte... Hör mal zu. Hör mal zu. Das ist jetzt der Moment, Mark minus Robin, auf die Knie zu gehen und um Verzeihung zu flehen. Aber nein, Menschen wie Mark Robin tun jetzt folgendes. Nicht unter die Dusche, weil ich gesagt habe, ich muss zuerst. Ich verstehe, was du gehört hast, aber habe ich mit ihr rumgemacht? Habe ich irgendwas? Ja, hast du. Ne, wo? Doch, hast du. Wo? Ne, wo? 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 Und jetzt muss der Moment kommen, dass Lola sich bitte einschaltet? Nur um das mal kurz klarzustellen. Wir haben mir die Situation unter der Dusche noch nicht mehr gezeigt. Es geht hier um die Situation, wo du Laura geküsst hast. Autsch. Und die hat sie gesehen. Ja. Ins Frettnäpfchen. Nein. Quer ins Fressbrett. Da gab es einen toten Winkel, von dem du wusstest. Ja, was heißt, von dem ich wusste? Von dem wusstest du. Und was ist in diesem toten Winkel passiert? Das weiß er natürlich nicht. Sei einfach ehrlich. Ja, da war ich mit Laura, da war ich aber auch mal mit den Jungs. Auch ohne. Da war vielleicht der Nico mit der Abdul. Wie er noch versucht zu... Wie gesagt, der Code ist jetzt nicht grün. Bei ihm mehr. Der ist jetzt weiß. Der Code ist weiß. Dem ist die Farbe jetzt nicht nur rausgewischen ins grüne Code, sondern ihm's weiß. Und die rutscht noch weiter. Pass auf, dass nur noch Wasser rauskommt und kein Code mehr. Achtung. Ohne Mikro und hat mit denen gequatscht. Und was war da mit Laura? Keine Ahnung. Sag ich, oh. Keine Ahnung. Hab ich das verdient? Nee. Wirklich, nee. Dann sei doch ehrlich. Danke. Wir sind uns näher gekommen. Irgendwo ein bisschen. Ja, so drumherum. Ich so zu hoffen, wer kommt da raus. Ja, aber also dämlich kann man doch nicht sein. Also, weil jetzt noch da rauskommt, dass du nicht schießt. Hör mal zu. Erst mal das. Und zweitens, das war im Fernsehen. Da muss man ja wirklich gar kein Hirn besitzen. Bäh. Das heißt, irgendwo ein bisschen. Ja. Es gab einen Kuss. Nein. Aber sagt es, pass auf. Gleich. Gleich. Marc, Robin. Ja. Es gab da noch was anderes als einen Kuss. Genau. Und was? Das frage ich dich. Es gab da nicht so einen Kuss. Wie ein Dreijähriger. Euer Gespräch im Totwinkel. Dieses Gespräch, welches das asozialste, ekelhafteste, unterirdeste war, was ich je oder was wir oder Freunde gehört haben bei Temptation Island, das kann er sich nicht mehr erinnern jetzt. Ja, aber ich erinnere mich jetzt nicht mehr an jedes Wort. Keine Ahnung. Es ging um die Pille, um Kondome. Frech. In Totenwinkel. Frech. Ich weiß es nicht. Wo stelle ich mich dumm an, Mann? Ich weiß es nicht. Das ist unfassbar, oder? Ja, oder? Das ist unfassbar. Und das Problem ist, das machen viele Männer. Oder Frauen auch. Aber in meinem Fall kann ich halt immer nur aus der Männer-Sicht sprechen. Weil ich ja eine Frau bin. Also das machen so viele Männer. Und die, die mir schreiben auf Insta, Yvonne, sag mal deine Meinung dazu. Und dann lese ich das und denke mir so, eigentlich liegt es doch klar auf der Hand, dass man die Beine in die Hand nehmen muss und laufen. Ach so. Und was habe ich gesagt? Habe ich irgendwas gemacht? Habe ich gesagt, nee, es geht nicht? Hieß es noch, du hast nichts gemacht. Jetzt gibst du Türen, dass es einen Kuss gab. Ja. Könnte ja auch sein, dass sie mich geküsst hat. Das ist das Erbärmlichste überhaupt. Das ist das Erbärmlichste überhaupt. Aber ich wiederhole nochmal. Es ist im Fernsehen. Dieser, meiner Meinung nach Lully, sagt im Fernsehen, komm gleich nach einer Minute nach oben ohne Mikrofon. Er weiß also, dass dieser Satz bzw. dieser Monolog im Fernsehen gezeigt wird. Und sitzt jetzt da und sagt, sie hat mich geküsst. Also, das ist wirklich, das ist Baumschule. Das ist IQ von? Toastbrot. Ja. Aber? Glutenfrei. Weißbrot. Nee, glutenfrei hat ja Hirn. Hat ja Sinn. Weißbrot, das billige, kennst du? Von Jahr? Genau, das. Das hat noch Sinn, Menschen satt zu machen. Aber, ja, also, mag Robin nicht. Ja, dann macht uns auch satt. Genau. Ja, und von mir gab es eine dumme Aktion. Jetzt, okay, scheiße, hast du nicht. Eine dumme Aktion? Wie er jetzt versucht zu manipulieren, rumzudrehen, indem er sagt, okay, von mir gab es eine dumme Aktion. Ja, und jetzt? Und jetzt? Hör mal zu. Spätestens da müsste er entweder verbal richtig noch eine Klatsche bekommen oder von der Frau, die ihn wirklich so erniedrigt und gedemütigt hat, wirklich eine Handklatsche in real bekommen. Weil das ist, es gibt ja psychische und physische Gewalt, beides ist nämlich Kacke. Aber um das gleichzustellen, müsste sie entweder psychisch dem so einen um die Ohren hauen. Gott sei Dank aber gibt es Social Media, die ihm psychisch jetzt das um die Ohren hauen. Weil das ist wirklich, also, charakterlich Freunde, ist das wirklich das Ekelhafteste, was ich gesehen habe je. Also, ich war sprachlos, als wir es geguckt haben, sprachlos. Red mal normal laut mit mir. Na, Robin, willst du das nicht aus? Der macht jetzt, red mal normal laut mit mir, red mal normal, hör mal zu. Hör mal zu, Robin, du kannst froh sein, dass die so mit dir redest. Eine Frau wie ich hätte ganz anderes geredet, nämlich gar nicht. Da wäre schon längst der Sack ab, langsam, per Filetierung, ja, da wäre, ich hätte auch noch die Nippel schon abgezwickt, die tun richtig weh. Aber ganz besonders das Bärenauge hätte ich aufgerissen. Wahnsinn, ganz deutschland, dass einmal alle reingucken können, so weit hätte ich den Darm aufgerissen und hätte noch Fingerpuppe mit ihm dann gespielt. Das hätte ich getan, wirklich, wirklich. Aber er versucht das rumzudrehen und will ihr jetzt noch sagen, red mal normal mit mir, hör mal zu. Wahnsinn. So, was dann? Was soll das dann? Ich glaube, da ist wirklich nichts, da oben. Nein, das glaube ich auch nicht. Da kann nur nichts sein, also weil, da kann ja nichts sein, weil das, wenn einer das bewusst extra dieses Verhalten an den Tag legt, was ist das dann? Ist das dann der Abschaum der Gesellschaft? Das kann nur, der kann das nicht ernst meinen. Ja, klar, siehst du doch. Vor allem, wie dreist du bist, dass du dich hier hinsetzt und mir noch ins Gesicht lügst. Ja, und ins Gesicht, du brauchst mal Nasenspray, Freunde, ja, so mal. Und eine Portion mehr, damit ich es aushalten kann. Geht? Denkst du dir bitte dabei, du, ich hab von dir wirklich gedacht, dass du einer der cleversten Menschen bist, die ich kenne. Ja, haben wir alle am Anfang gedacht. Dann kommst du mit mir hier rein und setz dich hin und lügst mir dreist ins Gesicht, obwohl du weißt, ich krieg das raus. Ich lüge, weil ich dich nicht verletzen wollte, weil du es nicht verdient hast. Den Zähler hab ich gemacht. So, das wollten wir jetzt mal kurz festhalten. Wir müssen das kurz festhalten. Ich habe gelogen, weil ich dich nicht verletzen wollte. Können wir das bitte noch einmal hören? Achtung. Ich lüge, weil ich dich nicht verletzen wollte, weil du es nicht verdient hast. Ich lüge, weil ich dich nicht verletzen wollte, weil du es nicht verdient hast. Da ist nichts in der Birne. Weil, wenn ich einen Partner, den ich liebe oder respektiere zumindestens, wenn man keine Liebe empfindet, dann wenigstens Respekt dem Menschen gegenüber, der mir sechs Jahre zuvor sein Herz geschenkt hat, dann tue ich das wenigstens vorher, schalte ich mein Hirn ein, tue es diesem Menschen nicht an, ihn so öffentlich zu demütigen und ihm jegliche Ehre zu nehmen. Mark Robin aber entschuldigt das, dass er lügt, weil er sie nicht verletzen will. Aber, die Kameras, da sind Kameras. Der lügt, obwohl er doch weiß, die Kameras zeigen das. Baby, bitte. Ja, was willst du jetzt noch wiederhören? Das kann doch nie so ernst sein. Der meinte, das ist doch gescriptet hoffentlich. Das denke ich mir manchmal auch. Der toppt sogar meine Ex-Freunde. Der hat wenigstens nach einer halben Stunde gesagt, ja okay, und ist auf Knien rumgerutscht mit Blumen. Wenigstens der. Aber das mit Kamera. Mit Kamera. Weil mein Ex, ja, weil mein Ex wusste ja nicht, dass ich das gesehen habe im Computer. Aber dieser Luli weiß doch, dass das im Fernsehen ist. Darüber könnte ich mich drei Jahre aufregen. Du meinst, wie oft er fremdgegangen ist ohne Fernsehen. Danke, der ist 100 pro schon so oft heimdgegangen ohne Kameras und Fernsehen. Und Freunde, stellt euch mal vor, wir wären jetzt auch nicht dabei gewesen mit Kamera und Fernsehen. Der hätte hinter der Tür die so hart genagelt. Alter, das ist ein gekelhafter Typ. Oh, Alter. Den Fehler habe ich gemacht. Wie lange ich damit klargekommen wäre, kann ich dir nicht sagen. So, es war ein dummer Moment, es war ein Ausrutscher. Es tut mir leid, ich bereue es ohne Ende. Ja, und das muss man halt auch jetzt auch genügen, oder? Also, ich finde, das reicht doch, oder? So Knie rumrutschen. Ja, ihm tut ja leid, mein Gott. Ja, eben, oder? Man kann das ja mal so sagen. Ja, was soll ich denn noch machen? Es tut mir ja leid. Ich habe halt jetzt den Fehler gemacht. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich verstehe dich. Es tut mir von Herzen leid. Das hast du nicht verdient. Nee, tut es ihm nämlich nicht. Wenn einem das vom Herzen leid tut, dann geht es anders. Der hat einfach nur weißen Kot, weil er entlarvt wurde. Ja. Und nicht, weil er ihr wehgetan hat. Sonst hätte er früher drüber nachgedacht. Butter bei der Fische. Real, real, real talk. Was habe ich dem letzten Tag zu dir gesagt? Brich mir nicht in mein Herz. Ja. Ja, die war super. Die sitzt da und weint und der starrt hier nur dämlich an, an den Schnapp auf Knien rumzurutschen. Und wenigstens menschlich um Verzeihung zu bitten. Es tut mir wirklich leid. Sch*** ist auf mich von mir aus. Aber mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf? Sch*** ist auf mich ehrlich, aber mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf ist doch das Schlimmste, finde ich. Mach dir keinen Kopf. Ja dann. Hey, mach dir keinen Kopf. Ich wollte eine andere ohne Gummivögel und ohne Pille. Mach dir aber keinen Kopf. Ist halt dann jetzt so. Ist, ist jetzt so. Mach dir keinen Kopf. Na dann. Ja, ich finde auch. Können wir auch weiter gucken, oder, Freunde? Macht euch doch keinen Kopf. Die sitzt da und weint und er sitzt daneben. Frechheit. Frechheit. Dieses arme Mädchen. Du hast sechs Jahre Beziehung weggeschmissen. Ja. Für einen Gruß. Alter. Alter. Er ist... Jetzt sagt er was? Jetzt, Achtung, Freunde, sagt er was? Jetzt hat sie mich geküsst. Ich sage ja nicht, dass ich direkt weggezogen habe. Ich habe... Puh. Mach dir keinen Kopf. Ich meine, ich habe ihn zwar reingesteckt, aber sie hat sich schon bewegt. Nee, sie lag nur da. Ja. Diesen Fehler gemacht. Ich verstehe. Und schon wieder gibst du ihr die Schuld. Eines muss ich sagen, Michelle, wenn sie weiter nicht mit mir zusammen ist, gehen wir jetzt mal davon aus. Michelle, aber macht das hier so gut. Ja. Sie liegt alles auf dem Tisch. Es wurde nicht viel gecuttet, denke ich mal hier, weil sie alles sagt, wie wir es denken, was wir gesagt unserem Partner gesagt hätten. Macht das echt gut. Sie hat damit absolut nichts zu tun. Und alles gut. Ja. Wie er tut. Wie er tut. Richtig Opfer. Ja, ist ja meine Schuld. Ich will Ihnen jetzt sagen, es wird kein Zurück mehr geben. Egal, wie oft ich dir verziehen habe, egal, was du gemacht hast, egal, wie wir oft uns getrennt haben. Seht ihr? Und deswegen ist meine Kernbotschaft und Message immer, auch wenn manche sagen, Yvonne, du bist immer so hart und so, so. Aber will man sowas haben, wenn man einem Mann oder einem Partner, Mann oder Frau, egal, immer wieder verzeiht oder mehrmals oder zweimal, das kommt drauf an, was verzeihen, dann verliert er jeglichen Respekt, weil er weiß, man verlässt ihn eh nicht. Mein Ratschlag, weil viele sagen, okay, was wäre dein Ratschlag? Angenommen, euer Partner macht nach langjähriger Beziehung einen Fehler, der für euch im Kopf zwar schlimm des Verrates ist, aber etwas, wo ihr selber wüsstet, okay, ihr könntet damit leben. Das ist ja bei jedem persönlich. Das ist mein Ratschlag dann, aber trotzdem den Partner lange, lange zappeln und kämpfen lassen, dass er daraus lernt, so etwas nicht nochmal zu tun. Wenn ihr ihm einfach oder schnell verzeiht, dem Partner, wird er genauso schnell und einfach wieder einen anderen Fehler oder den gleichen begehen. Das wäre mein Ratschlag und meine Erfahrung aus meinem Leben oder mit meinen Beziehungen. Jetzt ist es wirklich vorbei. Ja, verstehe ich. Akzeptiere ich auch. Würde ich genauso machen. Wirklich, würde ich genauso machen. Ja, aber du hast doch nichts getan, Marc-Robin. Temptation Island ist für euch jetzt vorbei. Der Stand jetzt, was die beste Entscheidung, was ich machen konnte. Es ist mir unangenehm, dass andere Leute das sehen werden. Aber was mir nicht unangenehm ist, dass dieser Mensch jetzt aus meinem Leben drossen ist. Ich bin hier der Arsch. So, ich richte mich jetzt nach Michelles bestem Wohlempfinden. So, wie gesagt, ich liebe sie trotzdem. Ich habe mich einfach zu etwas Dummes verleiten lassen. Er hat sich zu etwas Dummes verleiten lassen. Ja, könnte man so sehen. Wenn man nicht vorher wüsste, also nein, warte, bis zu einem gewissen Punkt sehen, weil die Verführerin sollten ja verleiten. Das heißt, so kann man das sehen. Er hat sich zu etwas Dummem verleiten lassen. Wenn man das aber so sieht, auf den Kuss etc. bezogen, was redet der dann da für eine Sch***? Also der, wow, dem darfst du nichts anvertrauen. Der lügt dir ins Gesicht, ohne rot zu werden. Der lügt sogar, obwohl man die Beweise schon auf den Tisch gelegt hat. Ich wünsche ihm trotzdem nichts Böses. Ich bin nicht so ein Mensch, wo sagt, hey, ich wünsche, du kommst jetzt in die Hölle oder sowas. Bin ich nicht. Ich wünsche ihm trotzdem alles Glück der Welt. Aber er soll nie wieder auf irgendeine Art und Weise Kontakt zu mir aufbauen. Wow, 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 wow. Und in der folgenden Szene erklärt halt Laura, wie es halt wirklich war. Und alle sind übelst geschockt. Ist es passiert oder nicht? Weil Mark Robin meinte, ich schwöre auf alles, es ist nicht passiert. Was finde ich das denn aus? Der hat das einfach jedem gesagt. Der hat das einfach jedem gesagt. Ich schwöre auf alles, sagt er, ich schwöre auf alles, es ist nichts passiert. Boah, das ist so übel, ne? Ja, geht mit mir nackt unter die Dusche. Du wüsst mich. Alle geschockt. Es war einfach geschockt des Todes. Aber man konnte das auch bei Mark Robin merken, dass er einfach nicht richtig spielt. Ja, wenn man dahinter dann schon geguckt hat ein bisschen, ne? Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir Mädels den Freundinnen die Augen geöffnet haben. Die müssen wissen, dass ihre Männer einfach ein falsches Spiel spielen. Das ist einfach Tendation. Ich dachte, Mark Robin, der ist super. Ich weiß nicht, dass der lieb seinen Freunden und alles. Und dann das. Ja, wir dachten, dass alle, der hat alle, am Anfang, der hat alle geblendet. Einfach jedem, 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 jedem. Das ist das Allerletzte. Er hat noch ein Stück draufgedacht, der wollte sie haben. Also Leute, ich weiß euch gar nicht, was ich sagen soll. Also ich, das, was heute passiert ist, ich weiß nicht, ob das in die Geschichte eingeht. Ja, doch. Ich weiß nicht, ob das in die Geschichte eingeht. Ich konnte mir nie vorstellen, dass Mark Robin etwas, sowas macht. Aber nie, ohne Witz, nie. Ich bin sehr enttäuscht von Mark Robin. Ich habe gedacht, dass er seine Freundin liebt. Der hat geweint. Der hat gesagt, ich meine, mein Tiefpunkt gereicht. Aber eigentlich, wenn man das alles sieht, der hat uns angelogen. Ja, alle, alle. Die ganzen Mädels haben ja zu uns gesagt, ist so, und ich glaube denen auch. Wir haben so viele, ich glaube denen, die sind auch alle lieb zu mir. So, dann glauben sie mir. Eine Sache muss ich sagen, es tut mir leid, dass ich bei den Interviews davor ihn gedeckt habe, weil ich ihm geglaubt habe. Das hat mir auf jeden Fall die Augen geöffnet, dass ich es, ey, ich will meine Freundin wiederhaben, ich will sie lieben und ihr einfach sagen, dass ich nicht so ein Typ bin. Ja. Ja. Vielleicht nicht so extrem oder auf diese Art und Weise. Aber will man denn auch als Freundin, als Frau so einen Typ wie Credo haben? Mann wie Credo haben? Ich nicht. Und ich weiß, 95% meiner Zuschauer auch nicht. Also der so eigentlich sich auch mal hinterfragen und eigentlich nur sagen, ja, ich bin geschockt, aber nicht so sich da hinstellen, als wenn er, oh, der, der Märchenprinz wäre. Und der loyalste, treueste und perfekteste überhaupt. Oh. Boah. Ja. Und dann gibt es noch das Wiedersehen, denn der gute Abdu bricht auch ab, tatsächlich. Ja. Und wisst ihr, viele sagen, ja, das Wort toxisch wird heutzutage oft nur noch gebraucht oder besonders auf meinem Kanal. Ja, weil auf meinem Kanal es genau darum geht. Ja. Ja, toxische Verhaltensweisen, Beziehungen oder egal, zwischenmenschlich, egal zu welche, ob das Liebe ist, Partnerschaft oder Freunde, wird das so aufgezeigt. Das soll ja der Fokus des Kanals hier sein. Und deswegen wird das hier auch so oft betont. Und manche sagen, ja, aber ist denn noch, dann ist ja heutzutage alles toxisch. Ja, zu 90% kann man sagen, sind zwischenmenschliche Beziehungen nicht gesund oder nicht fair oder einfach toxisch. Leider Gottes. Es ist kein Modewort, das gab es schon immer. Nur durch Social Media wird das sehr klar nur. Ja, weil wir das sehen können und das alles sehr präsent ist. Früher, bis vor sieben bis zehn Jahren, konnte man das ja nicht so sehen. Und dass die Gesellschaft nicht gesund ist, das wissen wir doch. Ja, jeder hat doch auf der Arbeit jemanden, wo man denkt, jeder hat doch irgendwie schon mal eine Partnerschaft gehabt, die so war. Oder Freunde, ick. Ja, so. Das ist so, ne. Und deswegen versuche ich ja einen Kanal zu machen, wo ich ein bisschen drauf hinweise oder ein bisschen was von meinen Erfahrungen erzähle, ja. Und ja, auf jeden Fall kommt da jetzt hier Abdu und seine Verflossene. Und wir wissen alle, wie beide voneinander, abhängig voneinander agiert haben vor den Kameras mit den Männern. Und jetzt hört euch, meiner Meinung nach, toxische Gespräche zwischen den beiden jetzt hier an. Ich habe Angst, Abdu verletzt haben zu können und ich habe Angst, verletzt zu werden. Wir haben uns vorher noch in der Villa gesehen zur Date-Verkündung, dann musste ich dir sagen, dass du heute leider kein Date bekommst. Ja. Was glaubst du denn, warum? Gute Frage, also ich habe die Angst, dass ich Abdu vielleicht verletzt haben könnte und dass er das Ganze abgebrochen hat, oder? Weil ich beim letzten Lagerfeuer nichts zu sehen bekommen habe, dass ich heute irgendwas sehen werde. Also ich kann dir sagen, er hat abgebrochen. Okay. Ich glaube, du und Abdu, ihr habt einiges zu klären. Deswegen, wir holen ihn jetzt dazu. Ja. Und jetzt Achtung, ich freue mich, ihn zu sehen, ich habe ihn vermisst. Okay, du freust dich, ihn zu sehen, hast ihn vermisst, okay, und ich bin auch completely auf deiner Seite, aber das ganze Gespräch ist hier, wie kann man das sagen, doppelmoralisch, nicht ehrlich, nicht ehrlich. Die sind beide nicht ehrlich zueinander. Und, ja. Was? Und? Und sich selber. Zu sich selber, ja, ja, zu sich selber, also zueinander und zu sich selber, gut, dass du es so sagst. Weil, wenn die wirklich, finde ich, meiner Meinung nach, in einer Beziehung arbeiten wollen, weil bei denen ist ja nicht Hoffnung immer als verloren in dem Sinne, aber wenn die daran arbeiten wollen, müssten sie ehrlich zueinander sein in erster Linie. Und das ginge, wenn sie sagen würde, ich habe über uns, ich habe dich in Frage gestellt, weil das und das mein Problem ist, weil du das und das getan hast. Und genauso könnte er sagen, ich habe dies und das getan, weil ich denke, das, also wirklich ehrlich reflektiert, dem anderen sagen, mit Liebe geht das natürlich auch bei denen noch, was das Problem ist, deren Problem und miteinander. Aber das, das, das ist hier gar nicht der Fall. Das ist so cringe, meiner Meinung nach, wo wir auch dachten, meine Sumpf, was ist das jetzt hier, ja, Achtung. Ich weiß nur nicht, wie er mir gegenüber tritt. Ich habe schon das Gefühl, dass ich so ein bisschen sie verloren habe, aber ich liebe sie dennoch, ich liebe sie über alles. Fuck, Jesus. Abdu, das war für dich schlussendlich der Auslöser, warum hast du abgebrochen? Und da fängt schon an, warum hat Abdu abgebrochen? Und Abdu erstmal so? Ich konnte es nicht mehr genießen im Endeffekt und ich brauch sie an meiner Seite so. Ich konnte es nicht genießen im Endeffekt, ich brauch sie an meiner Seite, das war der Grund des Abbruchs? Und ich konnte es einfach nicht mehr, weil ich bin dran kaputt gegangen die ganze Zeit, ich konnte nicht mehr Spaß haben, ich warte die ganze Zeit, ich bin auch am rumheulen gewesen. Ja, ne? Ich fühle mich gerade schlecht. Du hast scheiße gesehen, ich habe scheiße gesehen, dafür sind wir da, jeder macht seine Fehler und wir reden darüber. Weil er das so gesagt, so von wegen, so ja, ich habe sie so vermisst und ich hatte gar keinen Spaß, ich konnte keinen Spaß haben, deswegen habe ich abgebrochen, weil ich sie brauchte. Und sie dadurch voller schlechte Gewissen bekommen, weil sie ja weiß, was sie da getan hat und sagt so, ich fühle mich gerade voll schlecht. Und er dann so, ja, das brauchst du ja nicht, wir haben ja beide Bilder gesehen, du und ich, die nicht gut waren. Da wollte er nochmal die Kurve kriegen, so von, na und das finde ich ganz schlecht, das, alles das hier. Hab ich dich mit irgendwas verletzt? Gute Frage. Hast du. Gut. Mit was? Ich will, sonst würde ich nicht hier sitzen. Womit habe ich dich verletzt? Wie du da saßt und sagst, ja, ich weiß nicht, ob er der richtige Mann an meiner Seite ist. Es gibt bestimmt irgendwo auf dieser Scheiß für F*** in kleinen Welt einen Mann, der mich wertzuschätzen hat. Genau. Und jetzt könnte sie dann darauf ehrlich antworten. Dass ich die nicht reiche oder dass ich die nicht genug wäre. Okay, jetzt bräuchte er eine Antwort, eine ehrliche Antwort. Ich habe im Moment so ein 0,0 das Gefühl, dass Abdu die Person ist, auf die ich zählen kann. Mein Leben lang, mit dem ich alt werden kann. Das müsste sie ihm sagen, damit er ja Dinge auch ändern kann, damit sie gemeinsam wachsen könnten in der Beziehung. Aber sie? Die Videos, die ich von ihr gesehen habe, gingen in die komplett falsche Richtung, weil das war eine Jessie, die ich so nicht kannte. Und dann sehe ich da, wie du auf Männerärschen rumklatscht. Ah ja, Abdu noch vorher, ganz vergessen, ist schon verdrängt. Abdu will das vorher noch alles rumdrehen, dass er ja der liebste und bravste überhaupt war. Und gibt ihr die komplette Schuld. Es war nie meine Absicht, dich zu verletzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es von mir ein paar Szenen gab, die Abdu nicht gefallen haben. Vor allem, weil er von uns beiden die eifersüchtigere Person ist. Am Schluss war es einfach viel zu viel für mich. Und ich habe einfach nur Angst gehabt, dass sie sich noch weiter darauf einlässt. Dann brech das lieber ab und hol meine Freundin zu mir und klär das Ganze. Sie so, ja, ja, ja. Da ist nichts Nährendes, nichts Wichtiges. Jessie, bereust du dein Verhalten? Bereust schon einerseits. Andererseits darf man halt auch nicht vergessen, in was für einer Situation man so gehandelt hat. Ich sehe, wie du eine andere Frau küsst. Das stimmt erstmal wiederum. Wenn du jemanden magst, heißt es doch nicht, dass du ihn direkt abknutschen musst. Genau. Ich meine, ich habe auch keinen Jungen abgeknutscht. Wie kam es denn dazu? Gute Frage. Ich bin klar, ich habe einen Film, wenn ich ehrlich bin. Ihr habt euch geküsst, aber eure Lippen haben sich berührt und das ist der Punkt. Da denke ich mir so, wie weit kann man es dazu kommen lassen, dass eine andere Frau die Lippen von meinem Mann berührt. Genau. Ich bin dann 0,0 auf sie eingegangen. Ich weiß, ich weiß, du hast auch richtig reagiert in dem Moment, aber... Aber da vor dich richtig reagiert, du hättest vorher schon Grenzen setzen müssen. Ich habe dich einfach nicht wiedererkannt in diesen Momenten. Ich war einfach so enttäuscht, dass ich ab da gesagt habe, okay, ich lasse mich auch fallen. Anstatt jetzt hier zwei Wochen zu sitzen und mir selber schlechte Laune zu machen, ich lasse mich fallen, gehe auf die ganze Situation ein und habe meinen Spaß. Und ich wusste, dass die Worte, die ich auch gesagt habe, dass es dich am meisten treffen wird, wo ich sage, ja, ich weiß nicht, ob er der Richtige ist. Und dann habe ich mich da voll reingesteigert. Kann ich verstehen, wenn ich ehrlich bin. Für mich hat sich das halt angefühlt, als ob du mit dieser Kim was Emotionales aufbaust, weil du sie ja auch geküsst hast. Und ich hatte nie böse Absichten, ob es mit dem Po klatschen war, das war alles aus Spaß. Ich weiß, dass es aus Spaß war, aber im Endeffekt, ich könnte ja auch sagen, dass es Spaß ist. Ich könnte ja auch hingehen, auf den Arsch klapsen von den Mädels und sagen, das war Spaß, weißt du, was ich meine? Aber mache ich nicht, weil ich mir eben Gedanken mache, ey, du könntest das sehen und wie musst du dich dann fühlen in diesem Moment? Aber Gurke reiten lassen geht, trocken reiten lassen geht. Da hat er weggeguckt. Hat er weggeguckt, aber trotzdem Gurke reiten geht. Oh Gott, das ist Fremdscham. Ja, und jetzt kommt da irgendwas, mal richtige Aussprache, was ist bei dem anderen falsch gelaufen, schief gelaufen? Wie können wir gemeinsam irgendwie... Und ich habe gemerkt, es ist mir nicht wert, meine Beziehung zu verlieren, es ist mir nicht wert, meine Freundin zu verlieren, die ich über alles liebe. Ich habe in der Zeit so viel Neues über mich selber kennengelernt. Ich habe eine viel emotionalere, viel sensiblere Seite kennengelernt. Ich habe gemerkt, wie krass ich dich... Ich habe auch gemerkt, ich komme mit Männern gut, klar, intim. Eigentlich Liebe und... Ja, der muss da einfach sein. Ich eigentlich jeden Moment einfach mit dir verbringen möchte. Mhm, 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 ne, also... Und ich habe irgendwann angefangen, an dir zu zweifeln. Und ich habe es nicht bekommen. Aber vorher, dass er mit anderen Frauen auch geschrieben hat auf Instagram, das verdrängen wir. Da war ich auch noch... Oh, Junge. Ich kann es auch nicht mehr hören. Nee, echt. Das ist schon so... Dieses Format gegangen. Einmal mehr, ehrlich. Ich hab's gesagt, dass du dir nicht sicher bist, ob er dein Mann fürs Leben ist. Wie siehst du das? Ja, wie siehst du das jetzt? Ja, da gehören noch ehrliche Gespräche. Da könnte man sagen, wir müssen noch drüber alles sprechen, mal Revue passieren lassen, schauen, was die Zukunft bringt. Und sie so nach allem so. Ich denke schon. Ja, das ist doch alles toll, oder? Ja, gut. Herr Flöcke, dann würde ich sagen, vielen Dank. Dann könnten wir ja eigentlich sagen, Arrivederci, oder? Ja, okay. Super. Toll. Tschüssi. Und alles, alles Gute. Und da bin ich auch mal gespannt, ob die beiden zusammen sind Freunde der Sonne. Versteht ihr, was ich meine? Da ist ja... Ja, ja, ja. Da ist kein Nährboden, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Fruchtbarer Boden, um etwas zu bereinigen, zu klären, zu... weiß ich nicht. Das ist so ein schlechtes Beispiel. Also ein gutes Beispiel für unehrliche Beziehungen, zueinander und miteinander irgendwie, kann ich nur sagen. Freunde, aber trotzdem, das haben wir nur mit reingenommen. Nochmal dazwischen kam ja auch noch das Lagerfeuer mit Gloria und mit der... Wie heißt die andere Dame? Jessie? Nee, Jessie ist das ja. Gloria, Michelle... Michelle... Ellie, genau. Das alles könnt ihr euch auf RTL Plus angucken, wie schon gesagt. Das ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Aber aus rechtlichen Gründen können wir halt nicht alles immer in den Folgen hier mit reinnehmen. Für mich war wichtig, dass wir das mit Marc Robin sehen und besprechen, dass man diesen Charakter, diesen Typ Mensch aufzeigt und zeigt in der Öffentlichkeit, dass man da von Anfang an einen Bogen drum macht und dass man generell nicht immer zu gutgläubig sein sollte. Man soll natürlich nicht krankhaft misstrauig sein, aber immer hinterfragen und trotzdem ist meine Devise, zwischendurch Stichproben machen, ob dieser Mensch ehrlich ist. Zwischendurch Stichproben, weiß ich nicht. Einmal im Jahr so eine... weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Also so mache ich das, so würde ich das immer wieder machen. Mag richtig oder falsch sein, dahingestellt. Aber man weiß halt einfach nie, ihr seht es doch. Also die Menschen können einen so krass blenden und unsere Gesellschaft... Ich glaube, ich muss irgendwann mal so ein Video über Ethik und Moral machen. Von mir auch früher der Wandel, weil ich war ja auch nicht immer ein guter Mensch. Früher, ich war auch nie nicht gut. Und man kann das ändern, man kann sich ändern. Und es geht, es geht, es geht. Man muss nur wollen und wissen wie. Und genauso auch den Umgang miteinander, wenn man sagt, man ist so viel von toxischen Menschen umgeben. Ja, man kann die aber auch ganz schön aufrangieren. Aber ja, gut, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Lasst uns jetzt ein Buch lesen, meditieren, irgendwas Schönes machen nach diesem kranken... Und würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Und vor allen Dingen bin ich auf das Wiedersehen gespannt. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin so gespannt, wie das Wiedersehen wird. Und ja, ich habe euch lieb, bleibt gesund. Und bitte gebt euch nicht mit... Ich bin sonst schon mal gar nicht mit sowas hier zufrieden. Tschüss zusammen.